Ich glaube ich hätte mit Bart wirklich eigentlich nur Rap-Buff machen müssen into Gank so ein Level 2 Touch-Gang irgendwo und dann hätt's dann wäre das Game zumindest Jungle-wise nicht so komplett lost gewesen so ein Camp into Gank also wirklich nur Camps machen, ein Camp machen und ganken ein Camp machen und ganken 4-7 ganken on cooldown so mit Azeel ja das ist halt ein ganz anderes Ding da würde ich nur scalen wollen und erst auf Level 6 ganken die Frage ist also Clear hab ich ja eigentlich sogar mit Azeel also klar Early ist nicht so, weil ich hab halt nur einen Scheiß-Soldat mach was du willst glaub ich ne nehm ich Halo von Galenzen auch bei Yumi doch was lustiges, oder? hab ich da Recht oder hab ich da Recht? weiß ich nicht ey jetzt hat Schuhe ey Fleet Footwork triggert doch nicht mal, oder? auf Azeel, wenn ich mit Sun-Soldaten rechts krieg nehm ich nehm einfach Electricuit mit ich geh für den Burst oder First Strike aber First Strike ist schon ziemlich bad eigentlich, die Gegner haben schon gute uns um jedes auf Schmutz im Jungle und Warten auf Daten des Gegners also gegen Lilia wird kungen ja ein haas alles sehen wie nicht gut könnte man ausüben ist es nicht wenn ich mache eigentlich ein guter Insek noch will ich gleich wenn wir haben kein guter dps er ist kein dps deswegen ich glaube ich liebe Tempo, weil die Tempo brauchen wir eigentlich auch nicht ich gehe kaum genau, oh mein Gott ich rushe ihn ja schon also also sie könnte jetzt so eine Anniper werden ist ein richtig unerwarteter richtig guter Pick aber glaube ich jetzt eher weniger das ist interessant ja macht man eigentlich nicht ich glaube gegen Hingangsdinger ist es sogar ziemlich bad ach der vielleicht da kann was mitnehmen sollen na egal der wird nicht mal Nashes empfohlen wer baut den Asi ohne Nashes ziemlich verarschen ah ok als End Item ja ne das wird auf jeden Fall gerusht im Jungle ist zu broken ich glaube ich werde nicht mal Sunsildaten im Jungle stellen oder? weil doch kann man schon machen ach da kannst du doch easy von Red Buff zu den äh kann ich also wenn Sunsildaten angreifen dann greife ich aber nicht an gell das ist ziemlich scheiße eigentlich weil ich glaube Sunsildaten machen kein Onnit das heißt Nashes ist ja nur gut wenn ich rechts klicke das heißt sobald ich ein Rack of Bow habe darf ich eigentlich nicht mit Sunsildaten angreifen aber sonst kriege ich diesen Bonus Damage noch gar nicht oder oder nicht ahnung ich spiel kein Asi aber ich bin mir sehr sicher sonst wäre On-Asi ja gigabroken ja aber dann den Soldaten machen safe On-Hit Damage der Typ ne das wäre sonst gigabroken weil der Typ kann ja 4 Soldaten oder 5 im Late Game stellen ich stelle dir vor die greifen alle On-Hit an das ist ja wie Master Year of Crack also ich glaube nicht dass die On-Hit Damage machen ich glaube einfach nur dass die halt Damage machen in Höhe deines AP-Werts aber halt kein On-Hit sonst könntest du die Crit-Asi spielen das habe ich noch nie gesehen dass das jemand gemacht hätte auch nicht aus Spaß ich glaube einfach dass sie nur mit AP scalen und halt Attack-Speed aber nicht mit On-Hit Damage ich meine ich könnte sein dass der bei Release On-Hit hatte und den wir ihn schnell weggenommen haben aber das weiß ich nicht ich war nicht bei seinem Release dabei aber generell haben wir ein ganz gutes Team würde ich sagen ach dieser diese beide Bot oh zwei Randoms auf den Neurolanes huch hey Pike ich glaube du hast Diamond falsch geschrieben Bro ich glaube er heißt Daimon so wer spielt auf der Kokosmus yo Seven vs Wild Junge einfach von der Insel aus der hat so PC-Mücke genommen als Gegenstand und einen WLAN-Router und einen Stromgenerator das waren die drei Gegenstände aber Stromgenerator da hat er keine Kraft mehr für ja Paletta Diesel Stromgenerator PC nein nein so ein Stromgenerator wo du radeln musst weißt du ja und Gaming Booster musst du radeln und kannst währenddessen zocken ja ja und Gaming Booster ja ja genau Gaming Booster gegenstand 4 ja ja was ist denn jetzt runtergefallen hab ich die Schraube verloren? Alter meine Schraube war doch locker läuft irgendwas ist hier runter gesprungen und hat so bing 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 gemacht als wäre das eine Schraube gewesen 8 ja moin like a toaster ja Leute ich würde sagen wir gewinnen das jetzt oder easy easy mit mir auf Gin 100% safe was ich bin scheiß Eddie Curry aber Gin ist einfach also Gin ist echt nicht schwer der einzige Fehler die gemacht hast ist nicht Exos mitzunehmen aber ansonsten wer freundlich echter Gin spieler spiel ich mit Exos ja das Problem ist also das Gute ist er hat das mitgenommen also wenn unser Heimatdinger unser Elisabeth Ubu nicht komplett reinindet dann outplayt die die ja komplett reinindet dann haben wir verloren äh ich nehme glaube ich Scorchlor mit ich brauche Damage so Sandzeltaten so die in Stead Orders der Soldat zu stepp die liegen 55 Magical mit in der Direction ja das sieht jetzt nicht so aus als hätten die auch nicht Damage das ist einfach nur der Flat Damage Passive Attack Speed Attack Speed with Soldiers ja ich kann 2 zu verpläsen ich Ah Sensor ist die 25% Damage ah wenn ich reinpunkte machen die bis zu 100% Damage für Enemies der da noch sieht ah ok also WMX ist ziemlich gut oder was jetzt 2x ist der Same Target ja WMX glaube ich Jungle macht glaube ich Sinn zumindest der ersten Relevel macht Sinn das strike the same Targets für 25% Damage after the first expire twice as fast when near an enemy turret ok ok Phantom kriegt schock das ist sehr teuer aber wenn ich einen Punkt dran mach krieg ich sogar Textbüsen aus und ich kann 2 auf einmal so soldier boy ich bin soldier boy Leute habt ihr boys geguckt ja nicht der dritte Schock wäre das boy das ich bin nicht auch ne ich spoiler nicht aber es ist übel geil also guckt es weiter ja klar es ist übel geil einer der besten Amazon Serien ever tatsächlich lasst den genau hier drin dann machen wir den Soldaten richtig ich finde das ich finde das Konzept sehr geil ja es ist auch sehr sehr brutal das finde ich halt auch geil ich bin nicht so der brutal Fan aber ja ich auch nicht aber ich finde die Handlung einfach sehr geil ja die haben es halt gut umgesetzt so ich glaube den zweiten Punkt ja den dritten mache ich auf jeden Fall ein E und dann werde ich WMXen ich glaube das ist der Punkt zeigt dass da Metal Bush genau oh ah geh rein geh rein ah ok das finde ich jetzt schon nicht so geil dass du mich da äntest ne ich habe eine Mini nicht bekommen ich habe auch nicht mal so schlechten Schaden also der Pike ist schon wirklich gruselig schlecht ja dann pack die Mini jetzt nicht meine Töne das Problem ist Pike ist ein Hook-Champ er muss nur einen Hook treffen um zu gewinnen also kann auch noch so schlecht sein das Ding ist dass er keine Hooks hittet ja ja das kommt noch Hook-Champs müssen hier nur einen hitten in ihrem Leben dann gewinnen sie schon ok ich habe nur zu wenig Leben für den Junk aber ich mach Damage ich kann ja nicht kiten das ist das Problem ich kann ja nicht kiten wenn die meine Sonnsoldaten so rumstehen wie die blöden ok aber es geht ich habe keinen Pot gekauft ähm was ist das denn hier hallo soll denn das jetzt Lilia ja ich glaube es hackt ich bin gesilenced ich kann dir nicht helfen äh nice hat die getötet jetzt bin ich leider zu low danke aber er hat für mich geflasht der Burit wahrscheinlich prediktet er meinen fucking Flash Pantheon ist 1-0 das ist schonmal gut ich habe leider keine Assist warum auch immer ich keinen Assist habe äh ah wild ah ich glaube ich gehe da attack speed zweimal noo naja ok ne die Kombo die Kombo muss man noch üben nice er hat einen Alsa getötet weil ich ihm den Flash gezogen habe sehr sehr gut sehr sehr gut wurf good job mein Rap-Off ist gone sie hat an meinem Rap-Off gestart ach ja ich hatte ja Rap-Off stimmt ja lel sie hat einfach an meinem Rap-Off gestartet das ist schon sehr dreist von ihr find euch da ich könnte schon kiten aber nee Pyke ist ja wenn er mit dem Raum aber der zu Daten sind noch etwas ich glaube aus der wild das ist der Pyke kann es sein muß ich nicht während der q-animation e drücken ich verstehe das nicht Nein, jetzt habe ich geendet. Och nie. Wenn wir die Wolf hier behalten, dann ist das richtig geil. Ach, mein Wirt. Da ist Malzbier. Space Aids. B. Q.E. Ja, genau. Also ein bisschen kalten kann ich schon, aber... Ich habe ja vor allem... Oh mein Gott, der Jungler will mich aber auch, ne? Geist. Du bist auch sehr begehrenswert. Ich merke es schon, aber eigentlich bin ich gar nicht so scheiße. Ja, aber du bist halt Witch. Ach so, ja, genau. Also ich meine... Äh... Malzbier kommt. Jo. Fighter, fighter... Ja, ich habe ja W. Also ich ist rübergekommen. Hey. Dann geh ich ins Besen. Der hat aber jetzt trotzdem, glaube ich... Hat die jetzt ein Camp von mir gemacht? Ne. Können wir gerne fahren. Rah, Alter. Ah, ich habe kein E. Ups. Ah, mein Clear ist nicht all bad. Ich hätte nur einen Pott am Anfang gebraucht und dann wäre ich sogar nicht mal anhilfe. Ich habe ja vor allem AOE-Damage mit dem Sanzelörer, ne? Das ist ja das so Bilde. Ich bin jetzt auch nicht mal. Shurima will cook no offense. Yikes. Wie ist er schon? Soldiers, aufwärts! Challenge Sharina! Challenge Sharina! Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kriege ich einen Kretschenmark, oder? Ne, du musst diesen Hakenpengen. Auf was schießt man geschützt da? Wer weiß es. Manchmal bugt das. Das ist nur eine Anzeigebug. Auf einmal Dinge schon lange. Aber du kennst ja Riot Games und Bugs. Vielleicht hab ich einen Kill, pass mal auf. Der Bug aufs Seiten, dass meine Kugelkämpfe wird, ist auch einmal wieder zurückgekommen. Die haben den removed und er ist jetzt wieder da. Die Kraft des Sonnen leben in Sharina. Gott. Killt den Rap-Bopp bitte. Hallo? So? Ja, ist das. Last Auto-Attack, Alter. Ja, die hat natürlich zehnmal mehr, ist klar. Ja, keine Schatz, ich werde fünfmal sie sieht. Ist ja auch normal. Die ist vor mir Level 6 auf ihn, weil die müsste gleich 6 sein, ich bin 5,5. Ist die hier oder wo? Die war irgendwo zur Botszeit, ja. Ja, hat die den gemacht. Könnte die meinem Blue sein, wahrscheinlich. nicht. Shurima's Legacy will endure. Echt, ne? Kannst du vielleicht beten. Warte? Ah, äh, ne, so. Ja! Trust in me! Do you dare oppose me? Buried them! Ja. Soldiers! Onward! The unworthy have no place in history. Lilias, ja, ja. Ja, man sieht doch immer echt keinen Unhit. So, ich habe jetzt Wall, da ist ein Pike. Nein, Lilias auch, die machen den Weg. Ja. Kann ja, kein Ulten. Rackett und Muck auch. Oh man, ich habe die Ulten nach oben gezogen, ich schwöre. Ich habe die Ulten nach oben gezogen. Nice. Ich hab keinen, ich hab keinen, oh Gott. Ich hab keinen Smite. Ihr müsst den ohne mich machen. Der töte mich sonst. Ich will gleich weiterholt. Nice, good job. Der hat sogar den Kiel, Lel. Oh, da bin ich raus. Ich kann euch von Null helfen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Also wirklich, legit Null. Ich mach nicht mal Damage. Ich bin mal dran. Tschöste mich? Der hat jetzt noch den hier weg bekommen. Der hat ja schon den der Bock bekommen. Sein hat kein Ulten mehr bei seinem. Aber der kann mich ja trotzdem einfach im Leben. Ah ne, der ist wieder top Ich seh diese scheiß Traps nicht Ich schreie nicht One-Shotter ziemlich Junge, was ist das für ein Bullshit Ich hasse Caitlyn so sehr Ja, Caitlyn ist auch ein Jhin-Counter Ja, ich würde sie auch so hassen Ja, jeder ADC hasst sie, weil sie mehr Range hat als alle anderen Aber trotzdem ist sie ein Jhin-Counter Und immer Jhin-Meter ist es Caitlyn-Meter und andersrum Weil die sind die einzigen beiden, die sich gegenseitig aufs Maul geben können Also Jhin verliert meistens Lane, gewinnt aber meistens Utility-Fights Machen wir einen Turbo-Insect, sagst du? Turbo-Insect mit null Soldaten, aber hey, let's go Ich mach keinen Schaden Oh, der Flash war ein Sane Ich mach halt einfach kein Damage, Bro Ja, ich bin tot Und er war meins Wir können ihn killen, wir können ihn mal so in die Wischerei betten Lili ist auch da Oh, Lili ist auch da, dann mach ich halt Ach, ich muss EQ machen, stimmt Es gibt einfach kein Counter-Play, Mann Ich hab alles gedodged Ich kann nicht mal das Auge triggern, wenn mein Soldat da ist WTF Ist ja so schlecht Ich muss außerhalb der Range laufen Ich hab die falsche Richtung geflasht, aber leider hab ich doch noch rumgeguckt Ja, der gute alte Schreckflasch Ich wollte nach vorne flaschen, aber mein Maus-Tagro anscheinend weiter links Ich hab das auch gesagt, ich hab das auch gesagt Roter Techniker, der hat das auch erzählt Oh, da ist ein Pyke, Pyke ist topside Hydro wäre witzig. Hydro progt ja auf alles, d.h. auch auf mein Sansa oder? Achso, auf alles, stimmt. Ja, ja. Hydro wäre schon sehr lustig, was Jungle Key angeht. Hey, du musst auf jeden Fall Hydro. Nein, nein, das ist so dumm. Null Attack Speed, Alter, null Attack Speed. Scheißegal. Nee, ist nicht scheißegal. Hase lebt von Attack Speed. Und AP an null AD scaling. Das ist echt bad. Aber so ein AP Hydro wäre halt schon sehr, sehr gut. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch noch AP Hydro ein. Man spielt einfach alle nur noch Hydro. Alle. Ja, ja, das neue Hullbreaker sagst du. Ja, bloß, dass es auf jeder Länge gespielt wird. In jeder Rolle. Ah, ich bin tot, ja. Ja, ich kann ja wieder alles dodgen. Er drückt einfach E und ich bin instant tot. Mein Gott, es ist so ne Scheiße. Mein Gott, was will ich denn dodgen, wenn ich trotzdem einfach sterbe jedes Mal. Der Pike hätte fucking nix, aber drückt einfach nur E, weil er in meiner Frass flasht stehen kann für eine halbe Minute. Und der Sein fühlt auch nicht AD sein. Schlecht in meinen Augen. Echt so. Aber kein Smile jetzt, aber... Eieiei. Weile Solo. Oh mein Gott. Denk doch nach, bevor du Q drückst. Oh mein Gott. Warum sind alle so bad? Oh, ich spür schon die ADC-Mentality in mir auskommen. Ja, ja, merkst du, ne? Merkst du. Dieser Perfektionismus, der denkt, Alter, warum hast du nicht das und das gemacht? Ich verlange gar keinen Perfektionismus. Ich verlange bloß nicht, dass... Du verlangst Gehirn, ich weiß, ich kenn das. Es ist... terrible. Ja, und der Pike wird jetzt nicht sterben, weil er 5 Milliarden Movement Speed hat und ich einfach schlecht bin. Nein, du komm... Ja, und ich kann Damager weiter. Das soll das immer leben. Ja, das ist schon wild. Welcome to League of Legends. Nein, welcome to ADC. Alle anderen machen super viel Spaß. Äh, die Boatling-Mitte, ey. Oh Gott. Äh, 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 äh. Komm alle. Da ist ein, äh, hier Dings, ne? Ja, es sind noch zwei andere auf dem Weg, ne? Also ich will das nicht halten. Ja, ich bin raus. Ich hab null, null CC, null gar nix. Ich hab ne Menge Gold. Du hast grad dein Temp beschrieben. Ja, ja, genau. Merkst du, ne? Ah fuck, ich hab gesmartet, obwohl Drag-Ready ist. Ja, perfekt. Guter Jungler. Jungle-Div. Ah. Ah. Smiled it bad. Sorry. Warum geht der Chugga da jetzt alleine rein? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaub er wollte... Ja, warum hast du so eine Veranlagung mit Vollpicks zu picken? Das Ding ist... Äh, wer kommt zu mir? Ah ne. Sexy Gate ist nur gespawnt. Ich dachte schon. Ich brauch dringend nashers, Alter. Ich mach keinen... Ich mach jetzt keinen Jaden mehr. Pike ist nur noch im Jaden. Äh... Ja, der sucht mich oder was. Ich geh' mir nicht geh' mir. Ich geh' mir nicht geh' mir. Ich geh' mir nicht geh' mir. Ja, der will dich gleich hook'n. Okay. Der huck grad raus, ey. Der kann dich nicht hook'n, weil er fucking bad ist. Ja, aber er ist halt Pike. Er steht 5-1, sag ich doch schon. Er kann noch so bad sein, er muss nur Pike spielen, weißt du? Er muss nur wissen, was er Champ war. Nee, aber er hitzt dich mal hooks. Er gewinnt für nichts. Er geht sogar das schlechteste Pike halt im Alter. Und steht 5-1. Ja, er ist halt wirklich gruselig scheiße. Ja, aber er steht 5-1. Perfekt. 6-1. Champ-Diff. Also, no front, aber ist halt Champ-Diff. So, was soll ich sagen. Pike ist halt der komplexere Champ. Jetzt hab' ich tatsächlich einen guten Power-Spike. Ich werd' da gleich sowas von rein drücken. Wir werden nicht surrendern, Alter. Ich bin noch nicht mal online. Ja, wirst du auch nicht sein. Doch, klar. Komm hinter euch, ne? Nee. Oh, die hat's gegale vor sich blöd. Ist halt auch wirklich giga-shit der Pick, muss man einfach sagen. Dein ganzes Champ-Design macht gar keinen Sinn. Welcher? Deiner? Du kannst ja gar keine Objectives nehmen. So, welchen meinst du? Du hast kein Gang-Potential und kein Objective-Potential als Jungle. Also, es macht keinen Sinn in diesem... Bro, ich weiß. Aber die ist bewusst, dass ich eine Jungle-Challenge spiele, oder? Wirst du was spielst? Eine Jungle-Challenge. Ist das jetzt immer noch nicht klar geworden? Von A bis Z-Challenge. Yikes. Oh, da tepilt jemand. Ich kann nicht... Das hätte ich jetzt fünfmal erwähnt, oder? Ich kann ihn nicht kennenlernen, weil... Ne, also, die A bis Z-Challenge... Das Asiat-Jungle scheiße ist, ist mir klar, aber ich spiele ihn ja... Ich muss ihn ja trotzdem spielen. Gif. Ne, wir können ihn taken. Jungle ist tot. Also, ich kann ihn ja... Aber ich kann ihn ja einfach pflegen. Wir haben null Damage wieder. Digger, jagst du. Ich hab keinen Damage an dem Typen. muss vor allem muss glaube ich anders gehen die sind generell sehr denkbar sollen sie machen no chance quack sind die geilsten Panser ich meine eher aber auch bei 3 Milliarden cooler das ist einfach um eine Ulti gefüllt ich kann ihn übernehmen aber ich hab keinen Smart das Auge einfach nicht weg brenn einfach runter ey ist doch wirklich witzlos ich versteh nicht warum wir da weiter reingegangen sind zum fighten die waren doch alle low hätten einfach nur besseres target setzen müssen ja also ich konnte da so oder so nicht rein wenn ich meine Ehe war schon draußen Ketel war low, Pike war low, Knie war low ja aber niemand von uns hat range um da ranzukommen die auch ranger uns das klingt wir haben halt keine Feuer gesetzt wir haben halt auch immer noch aufgauen was weiß halt können wir nicht nehmen wir sind zehnmal schwächer als die die das das weiß ich halt auch nicht Aua. Ich hab noch ne Ult. War kein Level 2 Ult, aber eine. Egg ist ab. Muss gehen. Ja, jetzt können wir gehen. Ich hab nen Herald gesetzt. Wir haben ein bisschen Pressure für ein paar Sekunden. Und ich hab Smile. Hallo, darf ich bitte? Danke. Oh Gott. Er hat wieder gewissen. Hi Batch. Oh nice. Jetzt muss ich dir leider nur meinen ganzen Jungle geben, aber hey. Ne, ne, wir können das. Ne. Was feigt, was feigt, was feigt. Ja, wenn, dann müssen wir auf die. Das feigt auch schon wie der Veranstalter ist. Richtig peinlich. Oh no. Ja. Oh Mann. Oh, ich hasse Caitlyn so viel. Oh, der Damage. Oh, ich hab Damage gemacht. Attached gemacht. Ah, es ist zu viel gewesen. Einen Moment hat der nen Schattern bekommen. Der Pai hat mich leider so gut gebeten und sie hatte Vision for some reason alter. oh alter einmal länger bilder sie ist so ein weird shame du bist so useless aber bist trotzdem so broken gleichzeitig es ist wirklich dumm dieses konzept es ergibt keinen sinn ich habe burst dps giga engage aber ich bin so useless wie kann ein champion so die seien ich weiß nicht wie reit das schafft wie konnten die das schaffen das ist schon eine kunst für sich so schlecht zu sein als champion ich bin jetzt einfach farmsimulator bis zum ende vom game ich brauch halt mindestens lernen um noch gut zu sein jetzt hab ich grad mein e verschwendet echt jetzt das ist irgendwo ein peik lol ja der ist bei W den brauchen wir eh nicht chasen kane ist immer noch goal werde oder ok ja ich weiß nicht wow weggefickt hab ich den jungen alter der erste kill nach 23 minuten 3 6 ja macht er mal einen toll äh top lane wird nur eingerissen ich glaube macht noch mehr der match mit einer kohle mal der djinn hält immer kurz auf alles fresh ja der tower ist so jung ja weil der tower ist ok ich stehe hier kommt der raus glaube ich ne der kommt alleine schon raus Ja, du bist ziemlich dieb, ne? Millie hat gerade einen Sidestep gemacht. Ich habe doch gerade gepinkt, dass ich die Wave cleare. Meine Fresser. Verpiss dich doch. Mann. Junge, ich bin Jim. Lass mich doch scalen. Oh mein Gott. Ich nehme mal den Wettbewerb, weil das recht ist, ne? Mhm. Ich bin ein bisschen dieb. Ja, wow. Ich wollte euch nicht helfen, by the way. Ich wurde outplayed, alter. Zero Mana, meine Freunde. Zero. Ich wurde einfach outplayed. Ich würde da weggehen. Ja, ich brauche noch ein bisschen Gold. Ich verstehe auch nicht, wo unser Pantheon war. Was hat denn der gemacht? Es ist Topping-Gefarm, die ich fahren wollte. Ja, gute Frage, ja. John, we need you by us, please. Also... By us. Äh, ja jetzt braucht er auch nicht mehr rum. Alter, wieso? Alter, die Samantin. Wir brauchen dich von uns. Let's go. Oh, English, Max, da. Ah, the sweet smell of science. By heißt by, ne? Ist ja bloß. By heißt von. From heißt von. Nee, from ist das Örtliche. Von, also von, äh, by ist das, ähm, von im Sinne vom, wie sag ich das jetzt? Äh, nicht örtlich gesehen. So muss ich das Bild verschauen. I'm from Germany. The book is made by me. Interessanter Hook. Boah, okay, mit Liandris. Mach ja auch ein bisschen damage, was ich. Ja, also ich weiß nicht, ob wir Barron nehmen können, to be honest. Oh, genau. Können den Pike nehmen, vielleicht. Soldaten, zurück. Da war noch mindestens einmal, Sahar. Ich habe jetzt alle dreiten Sekunden ein Insek. He, theoretisch möglich, sagen wir es so. Warum bin ich, warum zum Fickbig highest level in the game? Weil du am meisten so, wo da hinten warst. Das ist trotzdem weird. Lass dich mal hierher kommen, ich kann da ein Insek machen. Ja, weiß ich, ob der Insek auch so geil ist. Meinst du? Ja, der Malzer heißt da halt. Aber, ansonsten. Ich fand den Insek nicht schlecht. Ja, der war nicht schlecht. Eigentlich habe ich die Ulti hier hingezielt. Warum auch immer in die Richtung geschossen wird. Ich verstehe das nicht. Ich ziehe die Ulti so rechts, so weit rechts, wie ich kann. Also, noch rechter war nur Hitler. Nice, du hast Kelly mit der Ocker. Und jetzt noch die Lilia und dann ist Baron. Ja, Trippical. Nee, ich verpiss mich. Ah, nee, Ren. Run, boy, run. They're coming for you. Trippical schmeckt schon, muss ich sagen. Ich bin dann unser einziger Engage, wenn Pantheon keinen Bock hat. Und dann ist es halt schwierig. Äh, hier wird Action gemacht. Ey, du hast ja fast Damage, Mensch. Du hast ein anderes gebaut. Spürst du das, Alter? Dein Outplay? Ah, du bist sowas von dead, weil du einfach zehn Jahre alleine fighten möchtest. Geh doch flieh, ich will mir. Oh, Outplay! Ah, nee, du, oh Gott. Oh, fast geinzert, oh mein Gott. Alter, ohne Witz. Nee, nee. Nee, nee. Ja, doch nicht. Der will die Foto. Oh, brr. Brr. Komm weg da. Brr, ich komme. Ach, ficken. Jetzt ist es auf der Seite. Hallo? Ja, wenn ich in den Säunzel-Alerten stehe, kann ich keine Wards killen. Es ist ja so lächerlich. Warte, komm mal. What? Das hat gehetet? Nee, das war, glaube ich, einfach der Lift von dem Terrain. Nice. Jo, bin gespannt, war nicht mal Lasted. Oh mein Gott. Jetzt kommt der lustige Part, manchen. Danke, Bro. Äh, halt nie. Ja. Oh, nö. Äh, die wird gleich die Wild haben, oder? Kann ich hin zur Not. Wir playen, wir auch playen jetzt. Wuuu. Wuhuuu. Nee, Pike wollte nicht, anscheinend. Keine Ahnung warum, er hätte jederzeit. Ah, er hatte keine Wild mehr wahrscheinlich, ne? Er hätte, aber er hat nicht. Ich muss kurz Junk fliegeln. Ich habe mein viertes Item. Oh, ich brauche sowas von Sonja, Alter. Bin ich sowas von gut. Okay, das habe ich misplayed, for some reason. Ich will reclaim my stolen legacy. Hätte der sein Arne gebaut, oder ist das Game Legit schon over? No joke. Für ihn, ja. Der einzige Grund, warum der nicht enden konnte, ist, weil er kein Dempft macht. Ich habe pünktlich zum Draken mein Insect wieder ready. Oh. Ich könnte rüber Insecten, ja. Die gehen da alle rüber. Was, da hätte ich gestorben, ist das schon weird. Ich bin geroutet, lol. Dann killen wir den. Ja, ich mache den Drake. Oh, ich mache echt guten Damage, mir, lol. Ah, jetzt bin ich nur, dich da reinzuhalten, aber... Oh, ich könnte rüber flash. Ja, weiter, weiter. Kiki, kiki. Na gut, da bist du. Ach, scheiße, will. Ich dachte, ich kriege den Pike da. Unlucky. In irgendeinem Punkt ist Asi aber auch nur noch Button Smashing. Oh, Mann. Würde ich gerne haben, wenn das okay ist. Nee. Alter. Exit. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe keine E. Oh, Gott. Die Caitlyn durfte mich die ganze Zeit rechts klicken for free. Der Chugav hatte keinen Bock zu fighten, Unlucky. Ja, okay, aber ihr gewinnt es dafür. Alter, wie lange die Caitlyn mich da hier fighten durfte. Das ist ein Baron Call. Geist. Ich geh, geh, geh. What the fuck. Das ist mit Heimer get in the Barrel ja easy. Wie machen? Ich habe nur ein turret jetzt gerade ab, aber passt. Nee, also ja, aber DPS-wise. Ja, gut, der Chugav hat auch genug damage. Ey, warte, 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 kürz 20 Sekunden. Warte, noch 10 Sekunden. Ja, ist schwer, wenn der Chugav den ist und meine Töre zu mit draufballern. Da kann ich schwer sagen, ihr müsst dann auch kurz auf. Okay, dann halt nicht nur. Nö, gönnen wir auch einfach auch nicht, ne? Ach Gott. Hä, wie habe ich den bekommen? Ja, ich habe eigentlich den Smyter, aber... Ja, ich wollte den Smyter noch bei 900, glaube ich. Ich habe den bei 1000 AP stehen lassen. Ich weiß nicht, was der, der Damage genommen hat. Hier. Oh, ich habe ihn berührt. Kack, Champ. Der Flash von hier. Oh, es ist... Gosh. Alter, hier ist alles leer. Ey. Sie drückt einen Knopf. Ich habe 0 Attack Speed, weil sie fucking Frozen Heart gebaut hat. Ich verliere einfach gegen Lilia, weil sie mich countert. Den ganzen Kit her. Ja, Lilia. Ist schon worth, dass du die Ulti für mich benutzt hast, oder? Richtig überwaltend. Wo ging der für die Schuss hin? Easy. Das TRP, Sion. Okay. Troop. Trap. Trap. Hopp. Truppenfrucht. Ist ein Win. Oh, sie hat den Abkommen. Mystery Emote permanent. Ein B sogar. Krass. Ein B ist sogar gar nicht mal so scheiße für Asia Jungle. Was hatte ich denn für Stats? 1, 7, irgendwas. 1, 7, 12. Kann man nehmen. Ist ein Win. Wird vielleicht Sonja als zweites Bauen sein, oder wäre ich ein bisschen weniger gestorben. Vielen Dank.